Zumindest nicht mit drei Personen. Lass mal, hier unten ist doch... Kevin Zwei! Yes! Ja! Wollen wir Kevin Zwei machen? Nee, fahren jetzt auf der Straße, das wird spaßig. Ach du... Ach du Scheiße, ey. Wieso? Wieder gedünstet. Ach du Scheiße. Aber keine Grenzen mehr. Verrotten? Ich brauch Mehl. Okay, gut. Mehl, ich schneide. Ich hab keine Ahnung, wie das Rezept geht, ich hab nur gedünstet. Fuck! Nee, die Karotten muss gedünstet werden und... Achtung. Fuck it, die haben... Ah, alles muss... Nein, da muss nicht Karotten rein, oder? Doch, da muss Karotten gemeht sein. Mich muss gedünstet werden. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Come on ey! Ey, was für Arschgeilgen! Da muss ich Mehl rein! Boah! Ja, da muss Mehl rein! Wo ist... Nein! Nein! Ähm... Engelisch ist fertig! Wo? Ah, da... Da oben ist die Schüsse! Ja, sorry! Ich hab die irgendwo hingeschleppt! Ehm... Vorsicht! Der kommt wieder! Ähm... Wir brauchen Garnelen, gut! Garnelen! Ich brauch noch die zweite Garnelen! gut! 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 Ich wasse ab! Oder ne, das mach klar! Jetzt ist doch fertig! Gut! Ach schon, das ist schon... Ey! Ey! die bauarbeiter nehmen wir können in die mitte in die richtung machen wir brauchen jetzt auch gleich einmal wir brauchen eine karotte machen einmal kann raus der links das kann auch ja hier hier unten ich muss gleich gleich einmal mit mehl abwaschen einmal dann liegt es zurück für den nächsten gang gut wir brauchen wir haben hier in die mitte die teller der fleischung jedoch gesagt gleich gleich hier brauchen wir müssen wir gleich voll mehr fleisch denn wir doch nicht was in den weg dass ich nicht aufhören zu schneiden Oh shit, da oben rein ist der mit dem Fleisch. Den schaffen wir nicht wahrscheinlich. Ich brauche keine Garnelen. Ich glaube, dass das kleines Feld ist. Oh, guck dir nach! Oh, er ist nervvoll. Es neckt da noch ein bisschen. Shit. Aber wir kriegen den schon mal raus, wenigstens. Oh, immer noch keine Garnelen. Wieso? Warte, jetzt muss der hier noch da oben hin. Wir haben zwei Sterne auf Anhieb geschafft. Boah, die Bauarbeiter nerven. Ich will die Bauarbeiter vermöbeln. Oder ihnen das wirklich schlimmste Gericht überhaupt geben. Okay, jetzt ist es wieder aus dem Umfang, damit ich wieder hochkomme. Oh, ein Rechen. Oben. Warte mal, kann man das? Ach komm schon. Das sieht doch hübsch aus. Los, weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, noch schlimmer. Aber immerhin kann man in der Mitte Sachen werfen. Da müssen wir... Okay, okay, okay. Das ist die Ausgabe, nur die Werke. Okay. Ihr braucht Zeugs. Das ist gar keine Ausgabe. Das ist da unten gar nichts, glaube ich, oder? Da kann man Sachen abstellen. Da kann man Sachen abstellen brauchen. Die... Oh fuck it, da ist es Sachen zum Weimarer Finkel. Weil die Teller, weil die Teller übergeben ist. Achso. Ja, die Abgabe. Ist auf meiner Seite. Oh fuck it, habe ich die Pasta in den Müll geworfen. Jetzt müssen wir braten. Das Fleisch müssen wir braten. Gib uns mal... Mühlen. Ja, habt auch. Ihr könnt auch selbst schneiden. Ja, ich pack mit. Dann bringe ich euch erst ein paar Zeugs. Da bauen wir einen Barstuhl. Ich pack mir die Pilze rein. Achso, die Pilze müssen geschnitten werden hier einmal. Scheiße. So, ein Gericht kommt rüber. Recht. Achso, stimmt. So müssen wir das... Ja, so müssen wir die Gerichte transportieren, ey. Fuck it. Hier ist Null. Äh, einmal... einmal Fleisch, dann kommen wir zu Null. Ah, falsch. Oh fuck it. Jetzt müssen wir warten, bis das Ding da unten ist. Wenn wir wieder da ist, damit wir die Gerichte drüber bringen können. Wir müssen die Gerichte möglichst vorbereiten, dass wir möglichst viele in einen Schwung immer rausbekommen. Nudeln. Ja. Das kommt Gericht drüber. Äh, Fleisch musst du als nächstes wieder für uns. Und Nudeln. Am besten gleich... Aber gleich erst gut. Ah! Komm schon! Du musst festieren. Ja, das ist euer Fleisch selbst. Teller! Ah fuck, wir haben keine Teller mehr. Achso, wir kommen so weit. Shit! Jetzt kommt ne Pfanne rüber. Nein, die kommt nicht 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 rüber. Nein, nein. Boah. Shit, wir können nichts mehr... Wir können nur noch Pasta im Grunde machen. Ja, wir können nichts mehr anbraten, weil... Wir können nichts mehr anbraten, weil... Weil wir... Wir haben keine Teller mehr. Ja. Wann schon. Wie geht das? Doch. Händler sind auf dem Weg. Okay, wir brauchen Ragu als erstes. Fuck, jetzt. Wir haben kein Ragu ready. Shit, wir haben kein Ragu ready. Wo ist die Pfanne? Wo ist ein Josef? Ja. Warte, nicht hier. Gut, danke. Ich stehe da. Ich hab da Filze drin. Achso, stimmt. Fuck. Kennen wir das mit der... Kennen wir das mit der... Kennen wir sind zu euch unterwegs. Ja. Oh shit. Die Teller! Was? 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 Okay. Dann müssen wir direkt darauf achten, dass wir direkt... Direkt die Teller halt mit rüber schicken. Weil das ist das, was uns aus dem Konzept gebracht hat eben. Die fehlenden Teller haben uns eben aus dem Konzept gebracht. Ja, ich hatte... Also da müssen wir doch achten, dass wir die direkt mit zurück schicken. Ja, ja, ist ja kein Problem. Wir haben ja auch nicht drauf geachtet. Ja. 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 Unter zwei Sternen. Dann lassen wir das nicht. Das ist so geil, wie man die... Wie man die Sachen direkt annehmen kann. Also da ist... Schleiche... Ach, scheiße... ... hab ich dir fast... Dann könnte ich selbst schneiden... ... ... ... ... ich klicke noch ja ich klicke noch über ich klicke noch die gerüstlich kommt ja oh fuck wir brauchen gerade mehr fleisch ok jetzt ne jetzt wollen wir mal den pilz jetzt nicht so nur fleisch raus gut hier kommt noch zweimal fleisch die teller kommen gleich zurück jetzt haben wir den pilz aber ja haben wir wirklich gerade nur zwei teller im umlauf und gewaschen ja weil ja weil die anderen weil die einen noch gewaschen werden müssen wir brauchen ein bisschen länger stellen ab damit ich da die fast abpacken ja wir brauchen jetzt nur nur pilze muss drüber nudeln kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon wir haben einmal pilze wir brauchen einen teller nicht dass ihr euch am ende beschwertet dass es keine teller gibt es gibt keine teller mehr aber wir schaffen wahrscheinlich trotzdem nicht rechtzeitig mit dem die pilze kommen nicht rechtzeitig rüber und so wir brauchen noch einmal nur auch komm schon ach nimmst du nicht ich muss die tatsache drücken ach das war nicht mal ein gericht was ihr mir hier rüber geschickt habt ich habe die ganze zeit gesagt dass wir gerade nur pilze brauchen die aber okay wir waren besser das hätte für den vierten Stern sogar gereicht das wäre 400 gewesen das wir brauchen nein weißt du auch warum wir wir mehr als zwei brauchen weil das ja also wir brauchen zwei damit es über 50 prozent ist und wir wissen nicht mehr 50 prozent braucht um eine klausel zu durchstehen also müssen wir mindestens zwei deine bekommen machst du da was ist mich umschauen mach ich da oh gott oh ah guck mal ich habe eine Runden drüber DORITOS DORITOS ich gebe dann Tortella und füge dann den erst gekochten Reis und dann geraden Hühnchenfleisch oder Pilze hinzu DORITOS 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 wenn das gegen handle Kopf DORITOS 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 überrascht 3 12 DORITOS DORITOS 7 Is es fertig so praktisch nur einen in einer fange war es ein gericht fertig ja weil die weil die andere von der leben unterwegs war gar nicht erstellen die ganze eine ganze zeit mehr hier ist fleisch keine teller mehr wir brauchen pizzen da ready okay wer hat mich jetzt gar nicht in den tod gestoßen mit meiner fahre nein 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 wir brauchen zahmerfleisch wir brauchen mehr pilze die liegen da in der bau und neue pilzkulturen ja dann werf es ja ja einmal ein burrito weg deine So, der kickt einmal Reis, der kickt noch ein bisschen weg, so, Brötchen, dann fangen wir mal hoch und weg, ähm. Hier kommt einmal Reis zu euch hin. Ähm, gut, wir brauchen einmal Reis. Hier kommt einmal Filze hin. So, gleich ist der Rest wichtig, gleich können wir zwei weiter Burritos rausbringen. Ähm. Oh, fuck, das war nicht richtig, ich wollte gerne Reis weiter. Ich kriege keine Zelle an. Fuck, jetzt bin ich nach unten gefallen. Halb so gut. Ah. Gut. Wir brauchen Fleisch. Okay, wir brauchen Filze. Filze, die habe ich schon einmal geschnitten. Wir brauchen Fleisch. Wir brauchen Fleisch. Fleisch ist einmal, ah ne, Fleisch ist hier jetzt einmal fertig. So, okay, wir haben einen Teller. Gut, dann kannst du den einfach gleich gleich schon mal mitnehmen mit dem Fleisch. Okay. Stell doch nicht das Gleiche in die Spüle. Nein, ich stelle es nicht in die Spüle, ich stelle es an die Spüle. Das ist ein Unterschied. Äh, Teller? Ja, der Schlaf. Der hin? Ja. Ja, ich habe das Essen direkt rübergebracht, weil hier keine Teller waren. Da, einer um den Reis oben kam. So lange wir jetzt nichts mehr nochmal richtig vermasseln, dürften wir es aber geschafft haben, tatsächlich. Fuck, nein. Hier. Da haben wir gekriegt. Der letzte ist nur rausgegangen, der letzte ist nur rausgegangen. Wenn, das haben wir einmal mehr als nur gut geschafft, würde ich behaupten. Ein Köchchen. Hey, stimmt hier nicht lustig aus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.